Ja, herzlich willkommen YouTube. Jetzt kommen wir zu unserer sechsten Folge vom Payday Let's Play. Wir haben gerade der Secret gemacht und sind wie viele Level aufgestiegen ungefähr? 18, 20, keine Ahnung. Warte mal, lass mich überlegen, welches Level war ich vorher? Ja, 10 Level ungefähr. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Level 79. Wir haben ganz viel Scheiße freigeschaltet und das wollten wir jetzt einfach mal austesten im First World Bank und das spielen wir jetzt einfach mal. Ja und ihr seht ja auch hier unten an unseren halt die Fortschrittbalken, wer halt jetzt wo gelevelt hat. Okay, dann legen wir mal los, ne? Und das Video, wo wir das Secret machen, also die letzten 100 Sekunden von dem Drill, haben wir halt aufgenommen und den Rest halt noch, werden wir dann auch noch hochladen. Ja, okay. Dann geht's los. Ah, Mann. Das Secret ist schon geil, weil man da halt richtig viele geile Level aufs kriegt. Ja, ich hab auch mal einen Schluck. Und das da so ein geschockt war? Ist auch ganz schön geil. Ja. Hab ich jetzt eigentlich schon das Center was gehört? Ja, müsstest du eigentlich. Ich hab jetzt nicht nachgeguckt. Scheiße. Egal. Ja, egal. Ja, ist wieder die komische Musik. Ich mach das Ding dann gleich kaputt. Ich geh hier lang. Und ich mach, äh, da oben ist er. Okay, ich bin fast frei. Ja, ich mach scheiß Musik weg. Gut. Gut. Dann schluss gehen. Äh, ja. Okay. Okay. Okay, die Compact Five sieht richtig geil aus. Ja, guck mal wie badass das Ding hier aussieht. Ja, warte. Du bist ja fast bei mir. Wo mein hier? Alter. Sexy sexy. Blop! 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 Das ist so geil! Kerl, hol das Termin! Okay. Blop! Boah! Alter, die ist richtig geil, die Compact Five, wenn die aufgelevelt ist. Die sieht auch richtig bombig aus. Freeze! Nein, ich werd nicht stehen bleiben, Dödel. So, ich nehm mir jetzt hier meinen Noobjub. Hehehe. Alter, hier blättert irgendwas von der Wand ab. Hast du's gesehen? Ja, ich seh's. Ja, ist einfach genug, nicht? Ist das vorher schon, oder? Hier, guck mal hier. Das Visier für die AK. Seh ich, ne? Nein. Ja, du siehst ja auch nicht das auf meinem Dings. Da, was ist da für ein Visier drauf? Auf der Compact? Äh, gar keins. Ach so, aber hier auf der AK halt. Ja, ich werd dann noch den, äh, dann, äh, jetzt müsste ich auch bei den... Die Compact ist richtig, die Compact ist richtig bombig. Ja, den Noobjub ist auch richtig bombig. Du konntest auch die Central Gun da unten im Tresor aufstellen, ne? Äh, ja, könnte ich machen. Okay. Werd ich auch was wahrscheinlich machen. Gott. Ich hab jetzt wirklich das volle Technikallnet auch. Den Noobjub, die AK. Loadout, meinst du? Ja, Loadout, äh, die G18. So, hier ist so wenig los, ganz sicher, dass wir auf Normal spielen. Ja, ja. Ist halt kein Sturmangeld. Ja, da ist gar nichts los. Ja, das hier mach ich, ja. Ja. Danach können wir irgendwie mal gefälscht oder so zocken. Glaub doch, ja. Was bringt dein, was bringt dein Multiplikator noch mal? Ich repariere. Der bringt, dass wir mehr Monik haben. Oh, schon. Also Anfang mehr Anfang Funktion. Ist halt nicht halt nur du. Wenn du hast mehr Leben oder so, oder du kriegst dein Leben, keine Ahnung. Irgendwas passiert mit deinem Leben. Ja, und Chains und Bullfahnen, beides. Nein. Schweiner. Die haben selber keinen Teambonus. Die Dude. Ja, echt, deswegen brauchen wir echt noch Leute, die sich hier melden, um mitzuzocken. Mhm. Das wär voll geil. Mhm, ja, find ich auch geil. Weil ich kann mir vorstellen, dass er, äh, ein Zeltösel, dass der Phamper ziemlich gut gegen, ähm, den ganzen Juggernauts ist. Wir würden sogar, meinetwegen auch noch mal mit euch das Secret machen, wenn wir noch das noch nicht gemacht habt oder noch mal machen würdet. Ja, wenn dann halt nur, wenn ich halt noch zwei finden wäre es halt für mich geil, weil dann können wir als Skypen, sondern, wenn das halt alles viel besser koordiniert hat, wenn man das auch zum Gepacken aufhört. Ja. Also ich sag's mal so, ihr könnt euch melden, wenn ihr zwischen, ähm, ich sag mal so, 12 und 16 seid und, ähm, ja, Payday habt, äh, keine geistig behinderten Vollspacken seid, ähm, die Saban vorm Computer sitzen, ich repariere. Und, äh, ja, äh, ne? Dann könnt ihr euch gerne melden. Oh, ich hab einen Zivilisten mit dem Fumper getötet. Scheiße. Ich glaub, der ist bestimmt richtig geil gegen, äh, Juggernauts. Ja, das hab ich eben schon mal gesagt. Achso, ja, hab ich nicht gehört. So wie immer. Viel besser als die Shotgun. Ja, ich glaub, der Compact 5 ist ne bessere Mark. Ja. Der Fumper ist für mich ne bessere Shotgun. Ja. Der Fumper ist für mich ne besseres, äh, besseres alles. Ja, damit kannst du echt alles ratzen. Ja, wie geht's dir, mein Kind? Du heiliger Bratwurstmann. Ich bin so offensiv, wir haben nämlich eben, das Secret war auch leicht, weil es hat keinen anderen Server gehabt. Ja. Trotzdem irgendwie, ja halt, voll fett, voll fett, voll fett, yo. Voll fett, voll fett, voll fett, voll fett. Ja, voll fett, 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 voll fett. Ja, 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 stimmt ja. Äh, äh, ja, stimmt ja. Slipper, ich kippe, ne? Ähm. Wieso krieg ich nur einen Schuss für den Fumper, wenn ich, äh, Muni nachnehme, das ist doch scheiße, das ist lame. Das ist ja nicht so, dass das Granatwerfen ist. Ja, aber dann nehme ich mir echt Muni, dann krieg ich nur eins. Das ist scheiße, weil man damit dann nicht die Muni nachfüllen kann. Das ist vollassig. Ja, finde ich auch. Ich wollte sich ja kein echt spieler, es sieht ja nur Kai. Nach und weiß, welcher Tag heute ist. Ja, heute ist Ostern, ja. Ja. Party, Party. Ja, auf den Fall. Ich erinnere mich noch heute an meine Deko. Und sie heute auf dem Tisch ein kleiner, winziger Schoko-Limt-Osterart oder das war's. Ja, Osterstimmung kommt auf. Ja. Ja, bei uns wird ja richtig krass gefeiert. Wir wollten ja nicht über das Wochenende wegfahren, aber Schnee und so. Das ist so toll. Voll scheiße. Erst von kurz, bei uns ist es überhaupt kein Schnee. Ich sage, hä, warum Schnee? Ja, dann hab ich ja irgendwie so. Ja, dann hab ich ja mal auf. Oh, okay. Oh, ist das offen? Ja, okay. Dann kann man abbauen. Ey, dein Leben muss aber schon ein bisschen... Ja, ich bin so ein bisschen reingewascht. Ich seh's. Ah, jetzt hab ich wieder so einen Schuss für den Dumpf. Und... Wir sind wirklich immer noch versuchen, Starb! So, wo ist das jetzt? Ich hab mal versuchen, den einen hier als Geisel. Ach, fuck. Mann, dahinten ist der Pferd. Ist geil aus, wenn der dann schlägt. Ja, ja. Wenn der mit der Compact-Five schlägt, sieht cool aus. Mhm. Und die... Die hat fast keinen Rückstoß und ist richtig genau. Ich mag den Thumper. So ne richtig schöne Rüssenwaffe. Also, was... Ey, level up! Echt? Schon wieder? Yep. Okay, warum? Genau. Einfach so. Scheiß, wir hätten noch das Geld da von vorne mitnehmen sollen. Ach egal. Aber von wo? Aus dem Büros. Scheiß, ach egal. Ja, sehe ich nur irgendwie 50 schnappen, oder so, ne? Ja. Dann, 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 dann. Ja, ja. Ja, ja. Da würde mich so... Da haben wir dann nicht... Welche Waffen fehlen uns denn noch? Ich brauch noch die Brenner, den Fumper. Ich brauch noch den, äh... Die Reinbeck und die Compact. Okay. Was anderes brauch ich nicht mehr. Na dann. Das ist halt scheiße, weil du jetzt auf zwei Strengen, äh, zwei Trees was brauchst. Na dann musst du halt zweimal leveln. Also halt, wenn wir jetzt Sigrid machen zum aufleveln. Ja, Brenner will ich eh nicht haben. Und das andere Teil will ich haben, also passt schon. Aha, du willst also den Thumpa haben? Nee. Ja, und dann kann ich, äh, hab ich ja die Zentrikan und so nicht. Hm. Was ich auch hier beim Thumpa-Welt finde, da wo eigentlich das Farbkurz ist, ist dann hier an der Waffe so ein Ding. Ja, geil, das ist, das ist geil. Das ist echt geil. Musst du dir... Warte, ich kann ja mal ein Screenshot. Ich finde ich auch bei der Granatwerfung BF3 nicht gut. Ähm. Ja, das ist dann halt wirklich, das fern kein Farbkurz, dann halt nur das Ding. Und wenn du als Zielsziel seid nicht mit dem Ding, was da dran ist, sondern wir zurück in einen Zeit. Ja. Äh. Äh. Äh, mir geht schon wieder Gesprächsthema aus. Nee, äh. Ja, ich, also ich hab mir die Zentrikan schon, aber ich hab ja irgendwie erst zwei Level ab oder so. Da ist doch ziemlich scheiße. Mal sehen, wie sie gleich ist, nicht? Hm. Ja, wo soll ich denn hinstellen hier vor? Ja, da hier so, wenn, wenn das die Tresorte aufgeht, da unten hin. Ah, okay, das ist so gut. Ja, das war fast cool. Dann werden die alle weggebasht. Hier dann so, weißt du? Dann können wir voll krass rausrennen. Hm. Ja, dann werden die halt einfach gebasht. Ich glaub, ich vercamp mich hier. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich hier grad so einen 360 runterjump-Kamera-Kaputschis machen. Hat mich so teufend. Ich sah eher aus like a full retard. Hehehe. 360 failure. Like, like a boss. Like a full retard. Uhu. Ungefähr so? Ja. James, die KI guckt mich so an. What the fuck? Also. Wuuu. Hey James. Hey James. Hey James. Hey James. Hey James. Oh mein Gott, ich glaub, äh. Das Niveau unserer Sendung hat sich drastisch gesunken. Ja, hat sich drastisch gesunken. Genial. Ja, äh, ich weiß, äh. Wie so krieg ich keine Scheiß, wo nicht zu tun. Mein German ist richtig gut. German. Mein German. Mein German. Das klingt wie eine Götterstunde. Götterschweißer wollte ich schon sagen. Ähm. Ja. Aber man kann von diesen Munitionen, die rumliegt, kann man dann immer nur einen wieder auffüllen. Weißt du, was ich mein? Achso. Ja. Und da hat natürlich auch nur einen Schuss im Magazin. Okay. Macht natürlich Sinn nicht. Jo. Woohoo! This is all we came for! Klin, help guys! Take it all! Ja, witz nicht. Achso, achso, ich dachte, du wärst Chance. Sorry. Nein, ich bin nicht Chance. Ja, der sitzt halt so blöd rum und ich dachte halt, du wärst halt so ein bisschen mich trollen. Ich bin noch nie auf Trolling-Style. Nein. Ah, die macht nach hinten auf. Ich setz mal gleich meine Sentry gerne auf. Okay, hier ist mein, mein Rack. Ich glaub, du brauchst ein bisschen in den Weg zu machen. Ach, nö. So ist er. So ist er. Ne meine Sentry gerne hin. Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Das ist halt geil. Da ist immer mal kurz zu oben. Oh Scheiße! Ich bin ja ganz sicher. Ich bin ja ganz sicher. Da kommt nicht so hoch anscheinend. Was ist lauter noch denn? Der Open? Ah, komm, sind die alle hier! Oh Scheiße! Scheiße. Du bist drauf. Fuck. Mega-Fail. Scheiße. Ey. Tattest zerlötet. M. Fuck. Ja, cool, dass das Overkill zeichnet war. Wo drauf? Warte, seid, Alter. Die sind in unserem Tresorraum. Mäh. Nicht in unserem Tresorraum. Guck mal, das Headset richten. Moment. Alter, das nervt. Scheiße, Juggernaut. Bulldozer Eliminate. Bulldozer Eliminate. Ah, der heißt der Bulldozer, wie du. Ja, der heißt der Bulldozer. Nicht Juggernaut. Kann ich da jetzt nicht einfach noch so ein Magazin reinstecken, die in die Sentry kommt? Oh, weißt du ja auch. Ich hab doch dieselbe Waffe dabei. Wie findest du die MP5 eigentlich cooler, wenn die so ein etwas abgerundet? Also etwas gekrümmtes Magazin oder so ein gerades? Irgendwas krumm. Hä? 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 Komm, voll witzig und so. Ja, okay. Deswegen lachen wir auch alle. Wozu? Achso. Das ist aber schön, schön hingestellt. Wollen wir schon losrennen hier? Äh, ne, ist doch stumm. Ich hab mir nur Kotbundi geholt. Also ich seh schon, Selfigan ist scheiße. Ey, ja, ist halt hier scheiße und muss man gucken, wo man die hinstellt. Ja, auf Dings ist die Zeit auf Konterfight, also ich will hier auf Dings. Ja, gefälscht, gefälscht, ja, das ist ja ziemlich cool. Hm. Dann nehmst du dann halt immer auf. Ich hab dir da irgendwie so hingestellt, dass es so. Da hab ich da irgendwie genau immer alles weggeholt. Voll übertrieben mit dem Noob Tube einfach alles wegpratzen. Ja, ja, ne, das, das, das findest du gut, ne? Ja, das find ich gut. Jo, boah, mal los jetzt hier, oder? Äh, ja, okay, kommen wir von mir aus. Und zumal aufmachen. Mhm. Dummdi, dummdi, du bist ja mittlerweile echt einfach geworden, ne? Klar. Für uns. Ja, können wir irgendwann vielleicht auch mal auf schwierig aufnehmen. Das heißt, so gut wie wir schon losrennen und er dann erst okay, Escape Plan. Ach fuck. Okay, alter, da ist ein Sniper. Nee, echt. Lassen noch einen. Nee, echt. Wir haben aber auch so ein richtig krasses Aim, weißt du, dass wir ihn immer treffen. Ja, da darfst du nicht so rumdudern, ne? Nee, ich bin mit dir bunnyhopping. Ich bin durchgebunnyhoppt. Ich bin durchgebunnyhoppt. Ja, du musst dir mal mein Leben angucken. Hast du ja nicht genommen. Ja, hab ich ja. Dummdi, 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 dummdi. Dann bin ich dann wieder so gedraint worden. Und ich will auf jeden Fall Moni für den... Ich hab noch kein einziges Mal Leben genommen. Doch einmal, meine ich. Nee, wie oft hast du genommen? Ich hab's, äh, einmal. Na, wir sind so dann auf der Aufnahme, ne? Ja, genau. Oh, guck mal, da stehen sie alle. Na, Mensch. Ja, Gott, ich hab nur kurz nachgeladen mit dem Dings. Ja, nachladen. Mit dem Noob Tube, da kann man ja bei nicht schritten. Nicht. Nein, kann man nicht. Na? Klopp. 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 Ach man, ich mag das Ding. Sheep. Keep going down. Na, más. Gui. 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 Ich hab ja mal, ähm, nach Feedback hier einen im Forum. Also in so einem Forum, mit zu dem Raten, welchen Forum. Habe ich mal nach Feedback, wenn ich mal sehen, was du dazu sagst. ja aber scheiße aber ich danke schon er ich hab ich habe auch von Technik das stimmt weil ich alles für Techniker ich habe auch schon freigeschaltet versucht jetzt nicht auszuweichen ich bin glaubt Jo um das war's das ist ein bisschen bis zu schüchtern und schon